Der Punkt war sehr wichtig für die Moral. Hätte man mit einem Rennen in der Lage gestartet, wäre das nicht so gut für den Kopf gewesen. Darum sind wir froh, dass wir auswärts in Luzern noch einen Punkt holen. Jetzt können wir zu Hause durchstarten. Gegen St. Gallen sind das Spiel immer sehr intensiv. Ich persönlich freue mich immer auf dieses Spiel. Es sind immer heissen gekämpft. Wir können dagegen wirken, indem wir immer cool bleiben und die erste Pressinglinie ruhig überspielen. Und dann hat es auch viel Räume, wo wir überspielen können. Es ist unglaublich, wie viele Fans in Luzern den Weg im Stadion gefunden haben. Es hat sich wie ein Heimspiel angefühlt. Und jetzt freue ich mich umso mehr auf das Spiel im letzten Spiel. Ich denke, wir haben eine grosse Mentalität. Wir sind eine super Mannschaft. In den letzten Spielen waren wir 2-0 in den letzten fünf Minuten. Nachher in den letzten fünf Minuten waren wir 2 Tore. Wir müssen viel arbeiten. Sie sind eine super Mannschaft. Sie spielen immer nach vorne mit viel Qualität und sehr schnell. Ich denke, wir müssen uns konzentrieren. Unsere Fans sind die Südkurve. Alle Fans sind super. Sie sind immer im letzten Grund. Ich freue mich sehr auf das Spiel im letzten. Vamos!